Es ist soweit. Auch Beamer werden endlich smart. Wir zeigen alle neuen Möglichkeiten jetzt in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei den Heimkino-Raum-Videonews. Ja, bei Fernsehern ist der Wandel schon längst vollzogen. Nahezu alle Geräte am Markt sind smart. Smart bedeutet, dass die aktuellen Fernseher ein intelligentes Betriebssystem haben, das dann Download von Apps ermöglicht und somit auch Streaming und Nachrichten, ja sogar Browsing, ohne einen externen Computer oder Zuspieler möglich macht. Bei Beamer sah das bisher ganz anders aus. Beamer waren grundsätzlich immer eine Art Monitor. Das heißt, die sind komplett dumm und benötigen grundsätzlich einen externen Zuspieler, sei es einen Blu-ray-Player oder einen Satelliten-Receiver oder oder, um überhaupt ein Bild machen zu können. Ja, das ändert sich jetzt. Es gibt ein Umdenken bei diversen Herstellern und Beamer werden jetzt smart. Das heißt, auch sie kann man im Netzwerk integrieren. Auch sie bieten Apps zum Download und auch sie können streamen. Allerdings ist natürlich das Anwendungsprofil bei einem Beamer etwas anders als bei einem Fernseher. Und deshalb schauen wir uns mal die Vorteile, die sich jetzt bei den neuen smarten Beamern ergeben, im Detail an. Bei den Beamer-Marken sind natürlich die Hersteller im Vorteil, die parallel auch Fernseher produzieren und für diese Fernseher bereits ein smartes Betriebssystem entwickelt haben und dieses eigentlich nur noch mit leichten Adaptionen auf den Beamer übertragen können und so diesen smart machen. Einer dieser Hersteller ist LG, natürlich auch einer der führenden Fernsehersteller und auch einer der wachsenden Heimkino-Beamer-Hersteller. Geschulte Augen werden wir es schon gesehen haben. Das ist der neue LG Forte oder Forza. Und hierbei handelt es sich um einen der ersten Heimkino-Projektoren mit einem wirklich ausgewachsenen Betriebssystem. Und wie schon gesagt, hier hat man eigentlich das Betriebssystem, das LG schon für die Fernseher entwickelt hat, das WebOS, einfach mehr oder weniger übernommen. Das beginnt schon mit der Fernbedienung, die tatsächlich mehr oder weniger von den aktuellen Fernsehern übernommen wurde. LG hat sie Magic Remote getauft, denn sie erzeugt einen virtuellen Mauszeiger und so kann sich die Smart-Oberfläche wie ein Computer bedienen. Man klickt einfach die Apps an. Ja, das Design ist schön weiß, auf den Beamer angepasst und arbeitet per Funk, sprich diese Unterbrechungen in der Infrarotübertragung sind passé. Hier haben wir den LG Forte einmal angeschaltet und man sieht hier jetzt das smarte Betriebssystem, das mit der Magic Remote ganz praktisch mit dem virtuellen Mauszeiger bedient werden kann. Und wer einen LG-Fernseher daheim hat, der sieht auch, es ist tatsächlich genau dasselbe System, das auch die aktuellen Fernseher bieten. Ja, und das zeichnet sich durch eine sehr gute Übersichtlichkeit aus. Wir haben hier unten jetzt alle Apps, können die direkt anklicken. Hier haben wir auch schon mal die Amazon Prime App gestartet. Und das Schöne ist, man kann bei so einem integrierten, smarten System mit derselben Fernbedienung dann alles steuern, den Beamer und auch die Smart-Oberfläche und alle Apps. Das geht dann alles ganz schnell. Hier kann man jetzt dann zum Beispiel sich einfach mal einen Film aussuchen, anklicken einfach und jetzt zum Beispiel den Trailer ansehen, ob der Film auch interessant ist. Und wenige Sekunden später geht alles vollkommen autark, ohne externe Zuspieler. Man braucht natürlich nur eine schnelle Internetverbindung. Und das Schöne bei diesen ganzen integrierten Apps ist, dass sie alle auf den Beamer genau optimiert sind. Zum Beispiel in der Auflösung, in der Bildwiederholfrequenz. Man kann jetzt auch bequem die Zwischenbildberechnung anschalten und ausschalten. Das Gerät arbeitet in 4K und so weiter und so fort. Das gilt für alle Apps. Das ist ein entscheidender Vorteil gegenüber externen, smarten Zuspielern. Wir können jetzt hier auch mal auf die YouTube-App umschalten. Man sieht auch, wie schnell das dann läuft. Und natürlich immer auch ein bisschen abhängig vom Internet. Und schon ist man von den Serien-Specials auf YouTube und tagesaktuelle Geschehnisse oder Tierfilme. Ein entscheidender Unterschied zwischen Beamern und einem Fernseher ist natürlich, dass der Fernseher für seine eigene Klangkulisse sorgt, weil er integrierte Lautsprecher hat. Ein Beamer hat das in der Regel nicht. Aber natürlich, weil eben der Beamer smart ist, hat LG auch daran gedacht, ein Audiosystem zu integrieren. Sprich, zwei Lautsprecher. Und wenn man einfach den Ton hochdreht, dann hört man, dass der Beamer auch seinen eigenen Ton erzeugt. Das ist natürlich gut, um mal spontan etwas zu gucken. Aber er füllt natürlich keine klanglichen Ansprüche an ein Heimkino. Aber auch daran hat man gedacht, viele Smart Beamer und gerade auch der LG, die bieten dann im Tonmenü verschiedene Verbindungsmöglichkeiten. Man kann also entweder den internen, die internen Lautsprecher verwenden oder eben auch tatsächlich dann auf externe Lautsprecher ausweichen. Zum Beispiel über Bluetooth. Dann wird einfach ein Bluetooth-Lautsprecher verbunden oder eine Soundbar. Und da ist die Klangqualität natürlich dann schon viel, viel besser. Oder man gibt den Ton optisch aus. Der Beamer hat einen optischen Toschling-Anschluss. Da kann man dann einen Verstärker oder auch eine Soundbar anschließen mit optischem Eingang. Oder auch über Audio Return Channel, über HDMI. Da kann man tatsächlich dann auch den Ton an den Verstärker weitergeben. Und es gibt auch die Möglichkeit, dann das zu kombinieren optisch und die internen Lautsprecher. Also alle Möglichkeiten sind gegeben. Der Projektor liefert den Ton auch eben per Funk im Falle des Forzas auch sogar an ein Multikanalsystem über Funk aus und sorgt so dafür für eine kabelfreie Klangübertragung. Der LG macht seine Aufgabe natürlich besonders gut. Ist allerdings auch ein Heimkino-Projektor der gehobenen Preisklasse. Glücklicherweise ist LG nicht der einzige Hersteller, das Potenzial von smarten Betriebssystemen bei Beamer erkannt hat. BenQ integriert mittlerweile auch an fast allen Heimkino-Projektoren eine smarte Betriebsoberfläche. Und hier geht das tatsächlich auch schon bei unter 2000 Euro los. In Kooperation mit Google wird hier ein Google-TV-System angeboten. Und natürlich die Ultra-Kurz-Distanz-Varianten, ebenfalls der bekannten Hersteller wie LG, BenQ, aber auch zum Beispiel Hisense, die Laser-TVs. Die bieten vermehrt auch smarte Betriebssysteme. Und hier ist es besonders sinnvoll, da ja so ein Laser-TV den Fernseher tatsächlich auch in jeder Hinsicht ersetzen soll. Ja, wie man sieht, werden Projektoren endlich selbstständig und vollkommen unabhängig von externen Zuspielern und integrieren sich so natürlich viel besser in die moderne Internet-Infrastruktur. Und wer jetzt neugierig geworden ist, natürlich sind all diese smarten Beamer von BenQ, LG, Hisense und anderen Herstellern in allen Heimkino-Raum-Standorten in ganz Deutschland und Luxemburg vorfühlbereit. Und so kann sich jeder selbst ein Bild davon machen, wie bequem diese neuen Betriebssysteme bei Beamer tatsächlich sind. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal, Ihr Eke Schmidt. Bis zum nächsten Mal, Ihr Eke Schmidt.